Ja, hallo liebe Zuhörerschaft beim Tele-Stammtisch. Wir sind wieder da und diesmal heute in einem vierköpfigen XXL-Podcast zu El Camino, Einspieler ab! Die Aufarbeitung der Story rund um Jesse Pinkman nach dem denkwändigen Serienfinale 2013. Ob das Ganze mehr als nur purer Fanservice ist, das besprechen wir jetzt. Viel Spaß! Gut, da spreche ich von vier Köpfen. Ich selbst bin der Moderationskopf heute, Max aus München. Und an meiner virtuellen Seite heute der unschlagbare Dominik. Grüß dich! Wunderschönen guten Tag! Ja, und Patrick ist auch mit dabei. Hi Patrick! Jo! Hi Jo! Passt auch zu Breaking Bad automatisch. Relativ frisch heute in seinem, glaube ich, zweiten Cast für uns. Till, grüß dich! Guten Tag! Und Till hat beim Streichholzziehen verloren und muss jetzt hier die Handlung zusammenfassen. Das darf er auch gleich mal machen. Bitteschön. Das will ich tun. Geht eigentlich relativ schnell. Es geht komplett um Jesse Pinkman und den direkten Anschluss an das Finale von Breaking Bad. Das Ganze geht darum, dass einerseits in Rückblicken ein bisschen gezeigt wird, was hat er erlebt und wie kommt er jetzt final aus der ganzen Sache raus. Und er kommt raus. Das ist im Endeffekt die grobe Zusammenfassung. Und dann erlebt er halt dies und jenes auf seiner Tour. Raus aus dem Debakel. Haben jetzt eigentlich alle von uns Breaking Bad gesehen, oder? Würde ich von ausgehen, wenn man den Film geguckt hat. Ja, ja. Ja, wer weiß. Es gibt alles. Es gibt alles. Ja, die Einzige, die ich kannte gestern, meine Frau, die ist eingepänt. Okay. Das spricht für den Film. Ja, wollte ich gerade sagen. Total. Ja, wollen wir kurz so ein bisschen, jeder so einen kleinen Abriss machen, wie wir so zu Breaking Bad stehen, würde ich sagen, oder? Na, aber gerne doch. Wer hat noch nichts gesagt? Patrick? Okay. Ich bin wie Max auch Mütz-Fan der ersten Stunde. Das war zu der Zeit, als auch Game of Thrones gerade frisch rauskam. Da kamen diese beiden Knaller-Serien. Das Besondere daran war eben auch den Kontrast zu sehen, wie ein Darsteller, der zuvor bei Malcolm mittendrin mitgespielt hat, auf einmal dann so eine ziemlich vielschichtige und kriminelle Rolle wie Walter White spielen kann. Also, ich war da ziemlich begeistert von der Serie und sie gehört mit zu meinen Lieblingsserien. Ich habe die auch schon ein, zwei Mal durchgesuchtet. Ja. Ja. Soll ich? Ja, warum nicht? Gut, mache ich. Also, bei mir steht Breaking Bad derzeit an der Spitze der Serien, also von der All-Time-Favorites Breaking Bad mit Mr. Robot und Mindhunter jetzt zusammen an der Spitze. Und eigentlich kann ich mich da Patrick nur anschließen. Ich war von Sekunde eins an ziemlich geflasht. Hatte am Anfang den Eindruck, dass es sich dabei vielleicht um eine Comedy-Serie handeln könnte. Also eher, weil es zu Beginn ja doch relativ skurril war, finde ich. Und als dann der Plot aber immer härter wurde und immer mehr ins Kriminelle abdriftete, habe ich gemerkt, hey, das ist ein Meisterwerk. Und da werden die Leute wahrscheinlich in 20 Jahren immer noch von sprechen und das als Referenz nehmen. Das ist so meine Einstellung zu Breaking Bad. Okay, ja, dann Till, ich lasse dir gerne den Vortritt. Ja, dann sage ich was dazu. Ich mag sie sehr gerne. Ich habe nur sehr schwer Zugang gefunden. Und sie wurde mir irgendwann empfohlen, falsch verkauft tatsächlich vom ehemaligen Arbeitskollegen, der irgendwie selber so ein bisschen gerne ein paar zu viel Drohungen genommen hat. Und da dachte ich, naja. Ja, nein, also. Und dann dachte ich mir, naja, wenn der mir das so empfiehlt, naja, ich gucke mal rein. Ich habe mich tatsächlich schwer getan am Anfang. Die Staffel, die erste Hälfte der ersten Staffel, habe ich, glaube ich, ein halbes Jahr für gebraucht. Und dann ist sie aber direkt ans Herz gewachsen. Und sie ist von der Handlung her super, von der Inszenierung ist sie cool. Und schauspielerisch ist sie Wahnsinn. Also wirklich wird der Vater von Malcolm mittendrin plötzlich so, dass er so abliefert. Ja. Wirklich, wirklich super. Staffel 4 hat für mich nochmal ein kleiner Hänger mittendrin. Aber ansonsten wirklich eine sehr gute Serie. Bei mir war auch so ein gewisser kleiner Hänger, als Walter White auf einmal den Krebs besiegt hatte. Da war für mich kurzzeitig so diese Motivation von ihm so ein bisschen dahin. Ja, hat eine andere Motivation entwickelt. Ja, das ist es. Ja, ja, das hat im Endeffekt mehr Sinn ergeben. Aber erst mal dachte ich, okay. Es ist ja auch irgendwo dann die böse Ironie dahinter, so ein bisschen. Tja, meine zwei Cent kurz. Ich bin relativ spät zur Serie gekommen. Ich habe da lange mit gehadert, mir die anzugucken. Weil ich mir so dachte, äh, irgendwie ist das nicht so meins. Und Brian Cranston, Malcolm mittendrin habe ich nie so gesehen. Und ich kannte ihn eher so als weirden Nachbarn aus King of Queens tatsächlich. Ach. Was ja eigentlich auch eine sehr ähnliche Rolle ist wie Malcolm mittendrin. Und dann hatte ich da reingeguckt und dachte mir so, äh, was ist das denn? Und dann bin ich erst nicht so wirklich reingekommen. Fand die auch vom Tempo her schwierig. Aber irgendwann hat es dann, ich glaube, in der zweiten Staffel hat es dann immer einen Klick gemacht. Und dann, ich glaube, da bin ich dann genau der Gegenentwurf zu Till ab dem Punkt. Ich habe die nämlich in, glaube ich, zwei, drei Wochen wirklich weggesuchtet. Also die Serie ist für mich immer, bei Breaking Bad sage ich immer gerne, das ist eine Serie über Drogen, die man wie eine Droge konsumiert. Das trifft es ganz gut. Genau, die zischt man wirklich einfach so weg. Und ich muss zugeben, dass sie für mich, im Verlauf ist sie für mich immer weiter gewachsen. Und ich würde sagen, sie ist also so großer Game-of-Thrones-Fan. Ich bin, Breaking Bad ist für mich das größere Wunder. Weil wenn man sich das anguckt, Game of Thrones ist bei aller Liebe halt letzten Endes doch eine Romanadaption. Und Breaking Bad ist halt wirklich komplett originell und fühlt sich aber teilweise so an, als wäre es, also die Charaktere haben so eine Substanz und Tiefe und sind so sehr ausgeformt, dass man glauben könnte, es wären Romanfiguren. Und da kann ich wirklich nur den Hut ziehen. Also ich habe die Serie zweimal gesehen und kann da schon mal sagen, ich habe gestern noch mal neu angefangen. Echt wunderbar. Direkt auf Netflix. Ja. Ich habe mir tatsächlich auch ein paar Folgen noch. Also ich schaue mir gern Breaking Bad-Folgen einfach so zwischendurch random-mäßig an, mal zum Essen oder so. Das funktioniert genauso. Ich habe tatsächlich in Vorbereitung noch mal die geniale Folge Ozymandias noch mal geschaut. Oh, die ist ein Meisterwerk. Ja, da liefert er wirklich ab. Wenn du dann vergleichst, Brian Cranston, der war auch früher zum Beispiel der jüdische Zahnarzt da von Seinfeld in der Serie. Wenn du da die Leistung dazwischen vergleichst, da liegen Welten dazwischen. Der war früher richtig auf Comedy abonniert und jetzt ist er ein richtiger Charakterdarsteller geworden. Da hat sogar Anthony Hopkins einen Dankesbrief an die ganze Breaking Bad-Crew geschrieben. Wollte ich gerade erwähnen, das war für mich auch der Antrieb tatsächlich, es zu gucken, weil ich großer Anthony Hopkins Fan bin. Und wenn der sagt, das ist die beste Leistung, die er jemals gesehen hat in Film, Fernsehen oder Theater. Ja, das stimmt. Also, kann ich mich auch noch erinnern, der hat Brian Cranston eine E-Mail geschrieben, in der dann wirklich da stand. Und Hopkins hat irgendwie bei einem öffentlichen Screening, hat er, glaube ich, ein paar Folgen gesehen. Dann hat er sich am nächsten Tag die Box geholt und das, glaube ich, in einer Woche durchgeguckt. Ja, das war auch einiges. Ja. Ja, leider musste ich immer ein Jahr warten, bis die neue Staffel kam. Ja, das war ja auch bei der fünften Staffel, war das auch ein bisschen komisch. Die war ja zweigeteilt, glaube ich. Ja, es war doch eh, glaube ich, gar nicht sicher, ob eine fünfte Staffel überhaupt kommt, oder? Bin ich mir, oder bilde ich mir das jetzt ein? Dass die nach der vierten kurzzeitig als finished angesehen wurde? Weiß ich nicht, ich will da jetzt keine Unwahrheiten verbreiten. Ja, man muss auch sagen, so befriedigend die fünfte Staffel in ihrem Finale ist, die Speerspitze ist tatsächlich das, was in der vierten passiert. Ja, klar. Wobei meine Lieblingsstaffel wiederum die dritte ist. Haben da die zwei Zwillinge noch mitgespielt? Zwei Verrückten. Das kann gut sein. Ja, ja, ich denke schon. Das weiß ich jetzt leider nicht mehr aus dem Kopf. Ich kann mich nur noch erinnern. Ach genau, die werden, glaube ich, eingeführt in dieser Folge, die förmlich inszeniert ist beim Auftakt wie eine Zombie-Apokalypse. Und Apokalypse, da denkst du zwischendurch eigentlich, weil es ist ja auch MC, da denkst du fast, das ist Walking Dead. Walking Dead, stimmt, die hat auch Bryan Cranston inszeniert, glaube ich so. Genau. Und netter Funfact, Daryls Charakter bei Walking Dead hat auch irgendwann mal in der Serie so eine Tüte, blaues Mech in seinem Motorrad. Echt? Ja. Okay. Und eine dieser Charaktere sagt auch, ja, mein Ex-Freund hat mich auch dauernd Bitch genannt. Da hat man dann immer wieder diese Bezüge hergestellt, auch das Auto, das Walter White seinen Sohn geschenkt hat. Damit ist dann Glenn durch die Gegend geflitzt. Also die haben da schon immer wieder mal so ein paar Hinweise gestreut, dass es vielleicht zusammenhängen könnte. Aber wer daran wirklich glaubt, das ist dann ein Hardcore-Verschwörer. Breaking Dead, ja. Vor allem, weil ich Walking Dead mittlerweile gar nicht mehr leiden kann, will ich nicht, dass das zusammengehört. Ja gut, das ist ... Bleiben wir mal bei Breaking Bad. Genau. Ich würde sagen, wir müssen jetzt auch, um die Zuhörer jetzt so ein bisschen heranzuführen, also die wenigsten, die die Serie kennen, werden sich jetzt das hier wohl anhören. Aber ich glaube, wir müssen trotzdem, um jetzt in El Camino überzuleiten, müssen wir trotzdem so ein bisschen den Status Quo am Ende von Felina, also dem Breaking Bad Finale, rekapitulieren. Ja, wird sich niemand anhören. Also, es werden sich nur Leute anhören, die das schon gesehen haben. Ja. Wir hätten vorher sagen müssen, dass sie hier vorskippen können, aber gut, okay. Das Ende von Breaking Bad, ne? Wie ist das? Walter White mit seinem letzten Atemzug, Fragezeichen, liegt am Boden. Und Jesse entkommt in einem El Camino von diesem, was ist es eigentlich, ein Schrottplatz? Ne. Ja, doch, ich glaube schon. Also, das war ja von dieser Neonazi-Gang, ne? Genau. Er entkommt. Er fährt mit 100 Sachen durch das Gitter und, ja, wie sagt man, sehr teuflisch lachend in die Freiheit. Also, er wirkte sogar ein bisschen verrückt. Ja, das ist … Und erleichtert. Es ist sehr schön, auch gespielt da tatsächlich von Aaron Paul, ne? Also, man merkt, wie abgekämpft er ist, aber auch diese grenzenlose Erleichterung, die ihn dadurch strömt. Und das fand ich eigentlich ein tolles Ende. Aber, ja, die Fangemeinde hat dann irgendwie gemurrt. Das fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Und sie wollten halt irgendwie mehr sehen. Jesse soll auch ein richtiges Ende bekommen. Mir persönlich hat es gereicht an der Stelle. Ja, Dito. Mir auch. Hätte mir auch gereicht, ja. Ja, und jetzt haben wir den Film, der nach diesem Auto benannt ist. Und der Titel ist ja auch durchaus doppeldeutig, weil El Camino ist halt eben nicht nur der Name dieses Chevrolet, den er da gestohlen hat von Todd, gespielt von Jesse Plemans, sondern eben auch El Camino kann man auch verstehen als der Weg oder die Straße. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich habe tatsächlich erwartet, dass wir hier eventuell so eine Art Roadtrip eigentlich bekommen, wie Jesse auf der Flucht ist und wie er dann eventuell sich schon ein neues Leben aufbaut, aber dann halt so von den Dämonen der Vergangenheit heimgesucht wird. Also, in den Trailern hat man ja gar nicht so viel gesehen, was jetzt genau Sache ist. Wie ging's da euch? Die Trailer haben einen sogar noch auf die falsche Ferse geführt und haben angedeutet, dass Skinny Pete so ein bisschen Jagd auf ihn auch macht. Äh, okay. Habe ich jetzt nicht so wahrgenommen. Okay. Von den Trailern habe ich nur den aller, aller, allerersten gesehen, der als Skinny Pete im Verhör sitzt, was ich jetzt im Nachhinein eigentlich einen ziemlich netten Trailer fand, wenn man weiß, was da wohl dazwischen jetzt passiert sein muss, dass Skinny Pete jetzt da in diesem Verhör sitzt. Ja, das stimmt. Das weiß man ja erst, nachdem man den Film gesehen hat. Mhm. Aber ich habe eigentlich mit gar nichts gerechnet. Ich habe nicht mal gewusst, dass es da hier ein Jesse Pinkman Ende sein wird. Mhm. Deswegen kann ich dazu eigentlich fast gar nichts sagen. Ja, ich habe tatsächlich auch die Trailer, ich glaube, ich habe gar keinen Trailer gesehen, außer dieses mit dem Verhör, was jetzt Sinn macht, nach dem Film natürlich. Aber sonst bin ich da auch komplett ohne Trailer rangegangen und wusste überhaupt nicht, was da jetzt kommt. Man muss aber sagen, also eine gewisse Erwartungshaltung hatte ich jetzt auch. Also, um was handelt es sich? Es muss sich um irgendwas handeln, was in der Serie noch nicht besprochen wurde. Genau. Und was bietet sich da mehr an als Jesse? Deswegen, ob es ein Roadtrip ist, sei mal dahingestellt, da hatte ich keine Erwartungen dahingehend. Aber dass es eine Jesse-Story wird, hat man sich denken können. Ja, das schon. Ich habe nichts erwartet, aber dadurch, dass Vince Gilligan auch an diesem Film beteiligt ist, habe ich zumindest so eine gewisse Grundqualität erwartet. Ja, und Vince Gilligan, muss man ja sagen, hat es ja auch schon bei Better Call Saul durchaus hinbekommen, sein Breaking-Bad-Universum dahingehend noch zu erweitern, ohne jetzt irgendwie zu sehr selbstreferenziell zu werden. Und, ja, das muss man leider sagen, das kann ich vorausschicken, das ist ihm hier so mäßig gelungen in meinen Augen tatsächlich. Ich kann aber auch schon mal vorausschicken, wenn Fanservice immer so passiert wie jetzt da, dann würde ich weniger über Fanservice meckern. Ja, das stimmt. Das ist nicht so direkt aufs Auge gedrückt. Also, ich glaube, bin mir nicht ganz sicher, aber im Vorfeld von der Inszenierung, also vom reinen Bildmaterial her, würde ich sagen, da wird man weder enttäuscht, da bekommt man wahrscheinlich genau das, was man erwartet. Ja, gut aussehen tut er das auf jeden Fall, ja. Also, wir haben ja, glaube ich, einen Kameramann, der auch schon Breaking Bad inszeniert hat. Ich fand's ein bisschen schade, dass sie halt nicht Nigel mit Köpfen gemacht haben und halt Michael Slovis herangeholt haben, also den, der bei wirklich fast allen Folgen die Kamera hatte bei Breaking Bad und der halt auch verantwortlich ist für diese, ja, dieses Markenzeichen, diese POV-Einstellung halt, ne, das wäre ganz schön gewesen. Aber insgesamt wirkt der Film absolut wertig, also ich hab auch noch mal nachgesehen, das hat mich doch gewundert, ist tatsächlich ein reiner Netflix-Film, also der ist natürlich entstanden in Zusammenarbeit mit Sony Pictures Television, aber AMC, der Sender, der ja Breaking Bad ausgestrahlt hat, der ist tatsächlich nicht mehr beteiligt gewesen an diesem Projekt hier. Oh, okay. Und ursprünglich war das Ganze wohl eigentlich nur als so ein Jesse-Kurz-Film geplant von Vince Gilligan und dann ist aber Netflix zu ihm gekommen und hat ihm halt dann doch die nötige Kohle in die Hand gedrückt und ich, ich dachte wirklich tatsächlich, dass, dass Netflix sich einfach nur die internationalen Rechte dran gesichert hätte, ne, wie zum Beispiel bei diversen anderen Sachen. Also man muss ja immer vorsichtig sein, was Netflix so als Original ausgibt, ne. Ja, eben. Ob sie die Sachen nur einkaufen oder auch in Auftrag geben. Sollte der in den USA in Kinos starten? Da bin ich mir gar nicht sicher. Nein, 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 auf keinen Fall. Ich glaub auch nicht. Obwohl er durchaus, also so rein bildästhetisch ist der schon stark, der Film. Der ist stark, ja. Also der ist ja auch wie, ich weiß gar nicht, wurde die Serie, ich glaub die Serie wurde so auf analogen Film gedreht, deshalb hat die auch so ein starkes Filmkorn. Kann sein. Vor allem in der ersten Staffel. Und das setzt sich hier durchaus fort und wir haben ja hier auch jetzt dann alles im Cinema Scope Format, also halt mit Balken. Und dadurch wirkt es schon sehr, sehr wertig tatsächlich. Ich mein, es gab da auch einige Sachen, die man gesehen hat, gibt eine Einstellung, wo man von oben auf dem Apartment drauf filmt. Oh ja, die war großartig, das sah toll aus. In der Jessie ein Apartment absucht und die war klasse, da hast du dann sieben Jessie's in Timelapse und... Ja, das stimmt. Also da ist schon eine gute Bildsprache auch verwendet worden. Und auch von den Flashbacks, die ja nun doch sehr häufig vorkommen, haben die teilweise die Schnitte auch ziemlich, ziemlich clever gelöst. Das war, das war, das war schön. Ja, ich fand auch diese Einstellung schön, wie der Plemons Charakter da auf dem Käfig von Jessie stand und dann so diese Plane runtergerissen hat und ihn dann diese Kippe über dieses Drahtseil da runtergelassen hat. Ja. Obwohl mir das irgendwie, ich hab jetzt die Serie nicht mehr so im Kopf, aber irgendwie kam mir das bekannt vor. Ich weiß auch nicht, oder gab es sowas in der Serie schon mal irgendwie, dass er dem da irgendwie eine Kippe runterlässt? Er hat ihm, glaub ich, irgendwas anderes runtergelassen, ich glaub Essen oder so. Ja. Und hat der Jessie nicht verweigert, das Essen anzunehmen? Keine Ahnung. Ich würd sagen, zum besseren Verständnis müssen wir aber doch nochmal so ein bisschen jetzt die Handlung festzurren. Genau. Also Jessie ist auf der Flucht und zugleich hat natürlich dann schwer traumatisiert durch sein monatelanges Martyrium in diesem Käfig, was leider in dem Film am Anfang durchaus eine Rolle spielt und im weiteren Verlauf dann gar nicht mehr tatsächlich oder irgendwie nur noch so nach Belieben. Er hat, glaub ich, noch so einen ganz kurzen Flashback mal immer wieder. Ja, das verliert sich so ein bisschen, ne? Irgendwie ist mit seiner, das ist relativ am Anfang, mit der Rasur, nenn ich es mal, fällt es zu sehr mit den Haaren ins Waschbecken. Und dann so, das ist richtig, wunderbar. Zu wenig. Dann hat er kurz mal hier und da noch so eine Erinnerung, so ein paar Funken, die sprühen. Also den Schweißer er kennt. Ja, genau. Aber das ist mir schon für so ein Erlebnis ein bisschen zu schnell nebenbei erzählt dann. Nicht nur das. Man muss überlegen, da ist gar keine Zeit zwischen dem Finale vergangen. Er müsste eigentlich hochgradig traumatisiert sein. Dieses Trauma spielt dann ab einem gewissen Zeitpunkt echt nur noch begrenzt eine Rolle. Dafür, dass er so traumatisiert ist, agiert er dann auch schon sehr, sehr schnell und ungewohnt für seine Verhältnisse. Ich sag nur, diese Schießerei, die man ihm so gar nicht zugetraut hätte. Ja, die passt da auch nicht in seinen Charakter, wie ich finde. Weil es ergibt nicht so wirklich Sinn, dass er in einer Szene sagt, ich töte keine Bullen. Also sprich, er will in Anführungsstrichen keine Unschuldigen umbringen. Und dann lässt er sich auf dieses New Mexican Stand-Off ein. Und verpasst zwei Kopfschüsse. Genau. Ja, das stimmt. Passt aber ganz schön aus, da zumindest. Ja, das stimmt. Aber das ist so generell mein grundlegendes Problem. Der Film hat viele Einzelszenen und starke Momente, die für sich genommen funktionieren, aber nicht als Ganzes. Also dieses Mexican Stand-Off, das ist toll inszeniert, keine Frage. Das ist ja wirklich in Western-Manier schon. Also da kommt auch noch durch, dass Vince Gilligan eigentlich ein guter Autor ist. Aber man merkt halt deutlich, dass er dann wirklich, naja, also ich weiß nicht, hat er schon jemals einen Spielfilm geschrieben, weil es fühlt sich halt an ... Ich glaube nicht. Gerade diese Flashbacks fühlen sich halt an wie so nachgeschobene Mini-Episoden. Ja. Und vor allem, sie fühlen sich nicht an, als wären sie wirklich am Ende der Serie am besten platziert, sondern so als Folge 9 oder so von 16, finde ich. Ja, entweder das oder man hätte, oder es wirkt auch, als hätten die so ein gewisses Storygrundgerüst geschrieben und hätten dann so ein paar Lost Scenes noch gefunden und die dann da rein implementiert in diesen Film. Ja, das trifft es sogar. Mein größtes Problem war wirklich, dass ich die Motivation von Jesse einfach streckenweise nicht nachvollziehen konnte. Beziehungsweise, ja, es war alles irgendwie nicht dringlich genug, dass es zu mir vorgedrungen ist. Dringlich, das trifft es. Oder halt relevant. Mir ging die ganze Zeit durch den Kopf dieses Wort Relevanz. Also das sind alles schöne Szenen und es ist auch schön, die Figuren wiederzutreffen. Da kann ich jetzt auch wirklich was Positives sagen. Ich fand es sehr schön, wie Badger und Skinny Pete, also seine beiden Junkie-Kumpels, wie die in den Film implementiert wurden. Weil wir, sie werden, also erstmal werden sie ziemlich geil eingeführt, ne, mit dieser Bildschirmüberleitung. Und dann sitzen sie da eigentlich und haben sich kein bisschen verändert, wie man sie kennt. Aber als dann halt dieser Jesse, der sich halt auch völlig verändert hat, auch aus ihrer Sicht, ist es wirklich schön, wie sie damit umgehen. Also, dass sie sich wirklich um ihn kümmern, dass er sich da wirklich ins Bett legt und Skinny Pete macht dieses Licht aus. Und dann am Ende halt diese schöne Abschiedsgeste mit der Mütze. Das ist wirklich, weil man muss sagen, also ich mag beide Charaktere in der Serie, ja. Aber die wurden halt da auf Comic Relief reduziert, größtenteils. Total. Und hier kommt der Comic Relief zwar zum Einsatz, wird dann aber zu etwas, was durchaus emotionale Tiefe erzeugt. Und das fand ich sehr schön. Ja. Schon allein dieser Satz, you are my hero and shit, das ist so typisch Skinny Pete. Ja, genau. Sie bleiben ihrer Rolle treu und haben dann trotzdem zum Schluss noch so was freundschaftlich-emotionales, so von der Geste her. Aber haben halt nach 15 Minuten gar keine Rolle mehr. Nee, das ist richtig. Für mich war eins der Highlights an diesem Film auch zum Beispiel der leider verstorbene Robert Forster, der in seiner kurzen Rolle nochmal richtig schön punkten kann. Und dieses Kauzige, das sein Seriencharakter auch hatte, da nochmal schön ausleben darf. Man könnte ihn auch noch aus Jackie Brown kennen, den ja unser Stu sehr mag. Ja, ich auch. Da gab es ja auch diese schönen Theorien, das könnte eventuell der Typ aus Jackie Brown gewesen sein mit einer anderen Identität. Ja. Was ich da auch für Schwachsinn halte. Er hat damals Saul Goodman seine neue Identität verschafft und Jesse fährt zu ihm hin und will jetzt auch eine neue Identität und will raus aus diesem ganzen Trubel, aus dem er eigentlich rausfahren sollte. Was da dann halt mein Problem mit dem Film ist, also bei mir ist Breaking Bad schon wirklich eine Weile her und ich konnte mich nicht mehr an diesen, also ich konnte mich daran erinnern, dass da jemand ist von Saul, von wegen einer, der einen kennt, der einen kennt, der einen kennt. Ja. Aber nicht mit dieser Staubsauger-Nummer. Das wusste ich nicht mehr. Nee. Und da nimmt der Film leider überhaupt keine Rücksicht drauf und das ist auch okay, weil ganz ehrlich, Neueinsteiger, verpisst euch, ja? Es ist einfach so. Also das Problem ist, für die Figuren in dem Film sind halt wenige Stunden oder Tage vergangen und für dich halt mal eben so sechs Jahre. Ja. Ja. Und das ist tatsächlich schwierig für mich an dem. Also schwer, ja. Ja. Also es ist jetzt nicht das Riesenproblem, aber es verhindert schon irgendwie so, dass man so connecten kann. Also ich habe auch schon was anderes gelesen von Kollegen, die meinten, sobald sie Jesse einmal sehen in dem neuen Film, sind alle Gefühle und Gedanken zu ihm wieder da. Nee, aber bei Jesse ist es ja auch nicht schwer. Also muss man sagen, das ist ja sowas richtig Prägendes. Also du musst ja auch sagen, dass Aaron Paul eigentlich im Grunde genommen Jesse Pinkman jetzt ist und der wird sich an dieser Rolle jetzt auch immer messen lassen. Und dass du die miteinander verbindest, dass das Gefühle hervorruft, finde ich gar nicht mal so ungewöhnlich. Es ist bloß schwer, wie du schon sagst, beim Staubsauger-Vertreter oder bei mir war es bei dem Schrottplatz, Heini. Ja, das sind die beiden Charaktere, musste ich auch überlegen tatsächlich, ja. Man bleibt da hinter seinen Möglichkeiten zurück, wenn du vergleichst, wie sehr du mit dem Serien-Jesse gelitten hast. Und im Prinzip hast du alles, das dich triggern könnte, da weiter mit ihm zu leiden, aber es ist dir eigentlich relativ egal, weil du wirst nicht mehr ganz so richtig getriggert wie in der Serie. Das schafft dieser Film nicht. Ja, ich muss auch sagen, für mich war Breaking Bad auserzählt eigentlich. Und ich war überhaupt sehr überrascht, dass ich persönlich Better Call Saul so gut angenommen habe. Aber das ging eben nur, weil Saul Goodman, es ist irgendwie so ein eigener Charakter in diesem Breaking Bad-Universum. Bei dem funktioniert ein Spin-Off. Das funktioniert nicht bei jedem. Ja, und bei Jesse eben nicht. Ja, das stimmt. Er funktioniert ohne Walter White nicht, der braucht einfach diesen Konterpart. Und das geht nicht gegen Aaron Paul, aber ich meine, das hat sich ja auch schon in Filmen wie Need for Speed oder Exodus gezeigt. Aaron Paul ist, oder ja, dann eher nur Need for Speed, er ist kein Hauptdarsteller. Also ich mag den wahnsinnig gern. Ich freue mich, wenn er nächstes Jahr in Westworld dabei ist, wo er dann wahrscheinlich auch eine große Nebenrolle haben wird. Aber er ist kein Hauptdarsteller und deshalb kann er diesen Film auch nicht komplett tragen. Ja. In meinen Augen. Nee, leider nicht. Das ist so ein bisschen wie bei Emilia Clarke und der Khaleesi. Das ist ihre Rolle. Aber als Schauspielerin in den Filmen, ob es Genesis oder was auch immer, die ist nicht gut. Die kann sowas nicht tragen. Das ist so, ich finde, er ist so der Konterpart, also der männliche, ja, der männliche Part. Obwohl ich jetzt. Weil ich ihm ein bisschen mehr zutraue. Definitiv, definitiv, ja. Er hat ja auch noch nicht viele Filme gemacht danach, die wirklich so gut sind. Es gab so ein Alkoholiker-Drama mit Mary Elizabeth Winstead, wo er quasi der Alki war. Also schon wieder so ein bisschen Typecasting, aber da konnte er auch ein bisschen mehr punkten. Aber sonst sehe ich ihn auch eher so als leicht Comic-Relief-artigen Sidekick, der trotzdem noch so ein bisschen Emotionen aus dir rauslocken kann, wenn man ihn richtig einsetzt. Ich glaube, dass der, also ich finde, der kann schon gut Emotionen darstellen. Also auch dieses Trauma, also am Anfang zum Beispiel, als er da so reingestolpert kommt bei Skinny Pete und Batcher und sich da erstmal vollfrisst. Oder dann, als er dann irgendwie an die Decke guckt und dann da das Gitter sieht und dann diese völlig krasse Panikreaktion hat. Da spielt er toll. Aber dieses Material, womit er halt noch mehr glänzen könnte, enthält ihm das Drehbuch dann irgendwo vor. Beziehungsweise handelt es dann einfach so ab und man muss sagen, er ist schon sehr abgebrüht in diesem Film. Also klar, der hat natürlich einiges hinter sich, ja, und ist auch mit allen Wassern gewaschen. Aber so seine Reaktionen auch auf gewisse Aktionen oder so Handlungsweisen von ihm, die wirken schon sehr fließend für jemanden, der irgendwie jetzt, weiß ich nicht, bis vor ein paar Monaten noch, oder bis vor ein paar Stunden noch eingekerkert war. Ja, und du musst auch sagen, nebenbei ist er ja eigentlich auch noch zu dem Zeitpunkt Amerikas meistgesuchte Schwerpunkt. Ja, das ist ... Das kommt dann noch mit dazu, also ... Äh, ich sag nur sogar, John Rambo hatte posttraumatisches Stresssyndrom und einer, der jetzt nicht unbedingt diese Statur von Einstein hat, nebenbei noch ein Ex-Drogen-Junkie ist, der müsste da schon ein bisschen mehr Schiss haben und nicht so abgebrüht dann mal zwei Kopfschüsse verpassen. Ja, das ist richtig. Das ist ein bisschen zu ... Das ging ein bisschen zu schnell. Und was ich noch sagen wollte, dass die Szenen im Flashback, wobei die Flashbacks, das ist noch eine andere Sache, die finde ich zu viel, aber das ist noch mal was anderes. Die Szenen mit ihm in den Flashbacks, wo er mit dem, wie hieß er, Todd? Todd hieß er, ne? Und der Weg war, die spielten ja noch quasi in der Serienzeit und da hat man seine Traumatisierung deutlich gemerkt. Ja. Gerade das, das mit der Waffe, er sollte die Kippen holen, sieht die Waffe und er hat es, er konnte dann nicht durchziehen, was er wollte, weil dieser Todd ihn so beeinflusst hat, weil er so traumatisiert wurde. Das war wieder super gespielt und das direkt sagen, jetzt fängt der Film an, jetzt hört das Trauma auf, das war halt das, was so nicht so gezogen hat. Vor allem mit dem Wissen, was dieser Todd ihm später dann noch antut, wo er dann die Frau vor seinen Augen noch erschießt, um ihn endgültig zu brechen. Ja, es ist wieder so das Fleck mal, was für mich da durchscheint. Du hast starke Einzelmomente auch in den Flashbacks, aber es formt sich einfach nicht zu einem Ganzen und ich verstehe jetzt auch nicht wirklich, also der Film kommt ja bei der Mehrheit eigentlich sehr gut an, tatsächlich. Und ich verstehe nicht so ganz, warum viele meinen, dass sich das so absolut rund anfühlt, weil für mich fühlt es sich überhaupt nicht rund an. Die Dramaturgie hier, die mit den Flashbacks und der Gegenwart, die erinnert mich auch teilweise an S Kapitel 2, der ist ähnlich, der verbringt auch sehr viel Zeit in seinen Flashbacks. Und lässt das zu sehr ausschweifen und erzählt dadurch aber letzten Endes nichts Neues. Und die Handlung in der Gegenwart ist relativ simpel und wird an vielen Stellen halt dadurch auch wieder ausgebremst. Ja, du musst ja auch sagen, der Story-Ark, was ist der Story-Ark? Der Story-Ark ist, er kommt zu Badger und Skinny Pete. Dann kommt er in Todds Wohnung, wo dann die Tod-Flashbacks dann kommen. Dann kommt er zum Staubsaugermann und dann ist er beim Schweißer. Genau. Und im Grunde genommen sind das alles keine richtigen, ich meine, man hätte den Film auch nennen können, Jesse sucht Geld und will nach Alaska. Ja. Also es ist, wir sind immer wieder bei dem Kurzfilm, weil ich finde auch, was der eigentliche Höhepunkt sein sollte mit diesem Stand-off in der Schweißerei und sowas, die kam auch so mehr oder weniger wie aus heiterem Himmel. Die, die roch richtig nach Drehbuch. Warum, ich dachte mir die ganze Zeit, warum geht der Schweißer so einen Deal ein? Ja. Mit dem Geld dann, oder? Das ist total unmotiviert irgendwie, das ist das Letzte, an das ich denken würde in seiner Situation. Wobei ich bei dem Schweißer, äh, Schweißer, Schweißer jetzt eine Frage an euch habe, weil es gibt ja, also ich musste wirklich erst überlegen, wer das ist. Kam der jetzt in der Serie vor oder nicht? Das ist eine gute Frage. Weil, ich habe nämlich eine Kritik gelesen, da hieß es, er sei der neue Bösewicht. Ah. Und es gibt aber ja diesen Flashback, wo er dann da auftaucht, auf dem Schrottplatz von den Nazis oder was auch immer. Die ist ja auch durchaus stark und auch sehr symbolisch, wo Jesse da irgendwie gegen seine Ketten anrennt, förmlich. Und sie dann da auch noch drauf wetten. Aber ich weiß nicht, gab es so eine ähnliche Szene in der Serie oder ist das wirklich eine komplett neue Figur? Weil dann fände ich das wirklich nicht gut. Und ich bin mir da nicht sicher. Ich kann mich nur daran erinnern, dass Jesse wirklich an diesen Ketten hing. Aber ansonsten. Ja. So müsste ich jetzt tatsächlich auch überleben. Ich wüsste es auch nicht, müsste man vielleicht nachgucken. Also ich würde jetzt mal behaupten, er trat vorher nicht auf. Mhm. Weil ich nämlich diese, die Figur hat sich also irgendwie so angefühlt, als wäre sie vorher nicht aufgetreten. Also wenn dann, weil dann kann ich hier nämlich nochmal den Vergleich zu S-Kapitel 2 ziehen, weil da kommen ja auch durchaus dann Sachen zum Tragen, die eigentlich schon im ersten Teil hätten drin sein müssen. Und so fühlt sich das ... Stichwort Baumhaus. Ja genau, der Typ ist das menschliche Äquivalent zum Baumhaus in S-Kapitel 2, zum Clubhaus. Und ja, also ich weiß nicht, das hat nicht so wirklich funktioniert. Auf der anderen Seite ist es aber schön, die Szene, wo die beiden Typen eingeführt werden, also diese beiden Hescher, die ist wirklich stark. Also die mit den beiden Bullen und ihm dann Jesse, also das fand ich auch so einen geilen Moment, wo er sagt so, wie wär's mal mit Handschellen, yo. Und dann fällt ihm auf, das sind halt keine Bullen, ne. Das war eine starke Szene tatsächlich. Die fand ich auch wirklich spannend. Da hat Vince Gilligan auch nochmal so seine Writing-Skills ausgepackt an der Stelle. Und natürlich, da sind wir dann auch wieder bei dem mit dem alten Typen, der da draußen vor dem Apartment rumlungert, hast du dann diese Skurrilität, die Breaking Bad immer auch ausgemacht hat, mit dabei. Ja. Also ich hab nochmal ganz kurz geguckt, er ist nicht bei Breaking Bad dabei. Okay. Laut IMDb hat er eigentlich nichts. Okay, das ist dann ... funktioniert dann nicht so wirklich für mich. Ich möchte allerdings noch eine ironische Spitze hervorheben und die hab ich erst nicht kapiert. Ich musste wirklich zurückspulen und zwar, das ist die Stelle, wo Todd ihn in seine Wohnung führt und ihm halt sagt, dass er bei ihm was helfen muss. Und dann kommen sie da rein und dann sieht Jesse erst mal nur diese Sitzgruppe da. Diese babyblaue Holzsitzgruppe. Und da denkt man sich so, was ist denn jetzt mit Jesse los? Oder was will Todd jetzt? Jetzt will er ihm einfach nur ... Soll er ihm irgendwie tragen helfen oder will er irgendwie Inneneinrichtungstipps? Und dann sieht man die Kamera, die so langsam rausfährt und dann sieht man halt erst, was da wirklich los ist in der Szene. Und jetzt hat alles vorwegzunehmen. Und das war wieder Breaking Bad, wirklich. Ja, das stimmt. Das war gut gemacht. Ja. Diese skurrilen Momente haben ähnlich gefehlt in diesem Film wie Jesse's Bitch. Also ich kann mich nicht dran erinnern, dass Jesse in diesem Film einmal großartig Bitch gesagt hat. Aber yo. Ja, das hat er dann wieder nur in den Flashbacks gesagt. Er saß am Tisch mit jemandem und da war er halt der Alte, aber sonst nicht. Da sind wir aber jetzt an dem Punkt, an dem Dom schon recht hatte, Vince Gilligan, dass der keine Filme vorher gebracht hat. Weil du musst eigentlich solche Szenen in einem Film in einer viel größeren Frequenz raushauen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ringt der Film über zwei Stunden darum, relevant zu sein eigentlich. Ja. Und versucht sich dann irgendwie zu rechtfertigen. Aber ich weiß nicht, also auch wenn man sich jetzt in Erinnerung ruft, das Finale von Breaking Bad, das ist ja wirklich spannend und bleihaltig und aufregend. Und dann ist dieses, also klar, dass das hier ein bisschen Slowburner ist, das ist schon klar. Aber jetzt mal ehrlich, die Probleme, mit denen sich Jesse hier rumschlägt, die wirken teilweise wirklich schon banal. Also dass dann irgendwann letzten Endes der Plot darum geht, dass er dann irgendwie das letzte bisschen Zeche, also ein bisschen Geld auftreiben muss. Also das wirkt einfach banal. Ich wäre an seiner Stelle auch direkt komplett aus dem ganzen Dorf rausgefahren. Die suchen alle nach ihm. Es ist der meistgesuchte Mann, aber nö, er fährt erst mal zurück zu seinen Kumpels als erste Reaktion. Ja, das war noch ganz okay, aber dass er da nicht irgendwie auch, ich meine, er wird ja gesucht, wobei wir von dieser, also das ist halt auch Fluch und Segen zugleich bei diesem Film, dass wir halt so nah an ihm dran sind die ganze Zeit. Aber das zum anderen, die Jagd auf ihn, die wird ja nur über die Berichterstattung kommuniziert. Also irgendwelche, von wegen im Fernsehen läuft jetzt irgendwie die, die ganze dreckige Geschichte über ihn und Walter. Oder aber, weiß ich nicht, also man kriegt ja nicht mal wirklich was von der Polizei eigentlich mit. Wobei dann die Szene sehr schön ist mit Robert Foster, wo er die Polizei anruft. Oh, das ist so cool. Oh ja, das war sehr schön, ja, das war wirklich sehr schön. Ja, das ist wieder Breaking Bad. Also die Breaking Bad-DNA, die steckt noch drin in dem Film. Aber sie schimmert immer wieder nur kurz durch. Ja, genau. Es hätte vielleicht, vielleicht hätte es, Game of Thrones hat ja auch dieses finale, vorletzte Folge und dann die letzte Folge eine ruhige Ausklinge, mehr oder weniger. Vielleicht hätte das dem, wenn sie wirklich diese Geschichte hätten erzählen wollen, besser als Epilog-Folge funktioniert. Kürzer, knackiger. Nicht nur das, sechs Jahre früher vor allem auch, wäre diese Erwartungshaltung an allen neuen Breaking Bad-Filmen nicht ganz so hoch, sondern dann wäre es einfach ein netter Epilog gewesen. Mehr ist es eigentlich nicht. Ja, es ist halt die Frage, ob man jetzt den Film wirklich braucht oder nicht. Also es ist bei vielen Finals. Ja, für mich ist noch eine andere Frage. Ich möchte auch nicht, ja. Schon allein durch den Titel Breaking Bad-Movie befürchte ich, dass die noch so ein paar weitere Filme in diesem Kosmos planen. Und wenn die sich alle so anfühlen werden. Ah, ich weiß nicht, ob ich da Bock drauf habe. Das verwässert das. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob ihr glaubt, dass solche Epilog-Filmchen mitkommen. Die Quoten werden gut sein. Die Quoten bei diesen werden noch gut genug sein. Ja, genau. Ein, zwei Mal werden sie es noch versuchen, dann werden sie hoffentlich auf die Schnauze damit fallen. Und lieber mehr an Better Call Saul arbeiten. Das hat sich ja super von Breaking Bad emanzipieren können. Du hast darauf Bock. Das ist jetzt in seinen eigenen Fuß. Ja, aber du hast ja da einen Strang mit Fleisch. Das ist eben was ganz anderes. Du hast ja die ganzen Strangen um Gus und um Mike. Das Spiel ist ja alles das Better Call Saul-Universum. Ja. Und du hast mit der Anwältin auch gute neue Charaktere. Ich weiß gar nicht, ob Breaking Bad sowas nochmal überhaupt bieten kann. Nein. Ich weiß es nicht. Nein. Und ich glaub's fast nicht. Dafür sind zu viele Figuren auch tot inzwischen. Und es sind auch keine offenen Stränge für mich. Nein. Eigentlich. Und kein Mensch will den Skylar-Movie sehen. Obwohl ich Skylar, ich bin kein Skylar-Hasser. Das muss ich kurz anmerken. Nee, nee, ich bin kein Skylar-Hasser. Aber ich mein, das sind jetzt alles keine, will man einen Film über die Brought of White Family danach sehen? Nein. Als Flashback dann irgendwie auch. Also generell, ich weiß nicht. Also diese Flashbacks hier, die kommen auch irgendwie gefühlt einfach zu spät. Also vor allem die sind dann, auch die mit Jesse Plemons, die sind so völlig aus der Situation heraus. Aber es fällt auch schon auf, dass Jesse Plemons, naja, er ist jetzt halt sechs Jahre älter und ein bisschen fülliger. Vor allem, wenn das direkt dann nachspielen soll. Hm, nee, kaufe ich dem Ganzen nicht mehr ab. Ja. Er ist schon ein bisschen aufgegangen. Da sah er in Fargo Staffel 2 dem Ganzen doch noch deutlich ähnlicher. Ja, und letzten Endes ist auch dieser Handlungsstrang da, also um diesen Flashback mit seiner Putzfrau da. Das ist irgendwie auch Wassertreten für den Film. Also das mag zwar für sich, wie gesagt, wie so eine Mini-Episode wird das funktionieren. Aber in diesem Film bringt es letzten Endes nichts. Und das ist mein Hauptproblem mit dem Film. Es fühlt sich einfach nicht so wirklich relevant und dringlich an. Und da muss ich dann wieder Better Call Saul hervorheben. Der bietet einen besseren Fanservice. Er bietet immer wieder mal alte Bekannte an, aber integriert diese eben auch gut in die Geschichte, dass die nicht ganz so aufgezwungen wirken. Ja, ich denke auch, dass überhaupt Prequel vor Breaking Bad besser funktioniert als ... Ein Sequel. Ja. Weil ganz einfach, nach Breaking Bad ist einfach ganz viel kaputt. Da ist verbrannte Erde und alles. Es ist im Grunde genommen alles schon fertig. Und, ja, kaputt. Es fehlen wirklich diese skurrilen Momente, wie zum Beispiel, wenn Hank auf dem Klo sitzt und auf einmal diese Eingebung hat, ja, verdammt, sein Schwager ist Walter White. Heißberg. Das war wirklich einer der lustigsten Cliffhanger überhaupt. Beim Scheißen der Erkenntnis, geil. Ja, gut. Sowas konnte man hier natürlich nicht erwarten, vom Konzept her. Ja, aber ... Also, das Ding hat noch genug Breaking Bad-DNA, dass ich's jetzt nicht als völligen Reinfall ansehe. Aber ich weiß nicht, also, vor allem das Ende hat bei mir ... Also, ich hab wirklich gemerkt, das Ende, das war für mich ein Abschied ohne Wehmut. Also, ich wünsch Jesse alles Gute. Wir nehmen's jetzt nicht vorweg. Aber ich dachte mir dann wirklich so, das darf jetzt bitte so stehen bleiben, oder? Weil da fingen dann ja wirklich welche an, oh, besteht nicht die Möglichkeit, dass er jetzt doch nochmal irgendwie aufs Hall trifft? Und ... Gott. Äh. 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 Vor allem, du bist am Ende dieses Filmes nicht weiter als am Ende von Breaking Bad. Nee. Der hat dem im Prinzip gar keinen neuen Impulse hinzugefügt. Das war einfach nur so eine nette Wiedersehensparade. Der ist halt wie ein Blinddarm. Es ist natürlich, was man noch entschuldigen kann, also, das hab ich halt oft als Argument gelesen, es ist halt ein Film für die Fans. Aber ich hab den Eindruck, es ist ein Film für den Teil ... Die zählen zu den Fans. Ja. Es ist ein Film für den Teil der Fangemeinde, die sich halt unbedingt noch irgendwie ein Ende für Jesse gewünscht haben. Und dieses Ende damals hat mir gereicht zugegeben, das war so kurz angebunden, aber das ist nun mal Breaking Bad. Ja, das ist genauso, das ist genauso wie, weiß ich nicht, angenommen, die Game-of-Thrones-Macher, die drehen dann jetzt plötzlich in ein paar Jahren doch noch einen Film, wo sie Daenerys doch wieder zurückholen. Ja, oder wie's mit ... oder Arya, ne? Ah, genau. Ja, die würden's wahrscheinlich beim Zwerg eher machen. Das braucht einfach keiner. Genau, Tyrion. Tyrion, genau. Äh, der Zwerg, genau. Ja. Ich hab da so ein bisschen auch an Dexter gedacht, lass das Ende sein, wie's will, wie's ist, aber ich will auch nicht wissen, was erlebt Dexter noch. So, das ist mir doch egal. Ja, genau, du wirst die Holzfällerjahre von Dexter sehen als Prequels. Aber das ist natürlich dann auch so eine generelle Schwierigkeit einfach mit Prequels oder generell einfach mit Franchise in der heutigen Zeit. Wie's du das so schön in unserem Disney-Cast gesagt hat, die Leute sind einfach nicht mehr bereit, die Figuren ziehen zu lassen. Und so was hier ist dann noch mal eine Möglichkeit. Ich muss sagen, also ich hab gedacht, dass es mit der Nostalgie hier schlimmer wird tatsächlich. Das muss ich sagen. Aber ich weiß nicht, insgesamt ... Ich kann's nur noch mal sagen, der Film hat irgendwie eine Leere bei mir hinterlassen. Und das finde ich echt beunruhigend, weil Breaking Bad hat einen sonst wirklich so emotional mitgerissen. Und hier dachte ich mir so, ja gut, ja mei, jetzt hat er sein Geld. Ja, wunderbar. Jetzt haben wir ... Das schon trotzdem wäre ein Roadtrip von einem überforderten Jesse, bei dem dann diese inneren Traumata hochkochen, dann der interessantere Kompromiss gewesen, bei dem man auch diese Breaking Bad-Stärken besser hätte ausspielen können. Man hätte mit diesem Trauma, hätte man ... Also wir haben ja jetzt schon bei Menge, dass er letzten Endes nichts Neues hinzufügt. Und das wäre aber durchaus was gewesen. Also man hat natürlich Jesse schon öfters irgendwie psychisch angeknackst erlebt in der Serie. Aber jetzt so über so einen langen Zeitraum und das jetzt ausgerechnet an dem Punkt, dass dann einfach so weggewischt, beziehungsweise wie Till vorhin so schön gesagt hat, im Abfluss runtergespült wird mit den Haaren. Die ist unfreiwillig symbolisch, diese Szene. Das ist einfach halt enttäuschend, weil sie hätten eben an dem Punkt ansetzen können. Und in den Flashbacks funktioniert das ja interessanterweise. Also da ist ja diese Szene mit Todd und wo er ihn dann halt irgendwie überredet, mit der Pizza ihm dann doch die Waffe zu geben. Und solche Momente hätte ich mir gewünscht in der Gegenwartshandlung. Da hat er aber auch noch die Haare. Also ist mit den Haaren wirklich das Trauma verschwunden. Einmal kurz zum Friseur. Da hätten sie viel stärker drauf bauen können. Ich hätte es gar nicht, ich hätte es echt nicht schlecht gefunden, wenn der Film praktisch bis zu Badger und Skinny Pete gegangen wäre und dann Cut irgendwie sechs Jahre später und Jesse ist schon im Exil und hat vielleicht eine Familie oder sowas. Und dass da diese Geschichte dann wieder in ihm aufgerollt wird, weil er da irgendwas erlebt, was ihn dann wieder dran erinnert. Und das spart sich Vince Gilligan für den zweiten Teil, habe ich irgendwie das Gefühl. Ja, bitte nicht. Da hätte man dann auch besser mit Flashbacks arbeiten können. Nicht Flashbacks im Sinne von, was erlebt der Zuschauer, sondern Flashbacks im Sinne von psychischer Störung, das ihm halt sein Trauma verfolgt. Oder wie bei Breaking Bad, ein paar Flash-Forwards zum Beispiel, was vielleicht noch mit ihm in Zukunft passieren könnte, dass man sich fragt, okay, was passiert mit denen in der Zwischenzeit? Also dieser Zeitsprung, den Till gerade meinte, der wäre wirklich eine tolle Idee gewesen, weil dann hättest du ja auch sagen können, sechs Jahre. Ja. Und ich meine, also sie kriegen es ja, ja, sollen wir das jetzt vorwegnehmen, es gibt Flashbacks in der wirklich, also wirklich weit nach hinten zu einer Zeit, als Jesse Pinkman noch wirklich ein kleiner Tagedieb und Rumtreiber ist. Und sie kriegen es wirklich gut hin, Aaron Paul wieder so aussehen zu lassen. Also ich war mehrere ... Die zweite Staffel zurück. Genau. Ja, da war ich halt auch wieder am Überlegen, wann spielt das jetzt? Der Film, der stellt es als ein bisschen zu sehr selbstverständlich dar, dass du da durchsteigen könntest. Ja, ich hab's nachgelesen, deswegen weiß ich's jetzt gerade. Während des Films wusste ich's nicht. Ja, ich glaub, man kann anhand der Einschusslöcher am Wohnwagen, die sich so zu betät in der Einstellung ... Ich glaub, darin können die Hardcore-Fans, die sie gerade noch geguckt haben, sagen, ah, okay, alles klar, jetzt wissen wir, wo es ungefähr spielt oder wonach es spielt. Aber ich konnte es auch nicht alles so ganz rekonstruieren, tatsächlich. Aber gut, wenn wir das jetzt schon gesagt haben, dann können wir jetzt eigentlich schon ... Sollen wir's vorwegnehmen, wer in diesem Film auftaucht? Wir dürfen's. Wir machen jetzt hier unseren Spoiler-Warnungs-Spoiler. Ja, genau. Wer skippen will, in zwei Minuten kommt's dann wahrscheinlich zur, wie sagt man, zu unserer Wertung. Ja. Dann lass mal raus. Genau. Ja. Oh Wunder, oh Wunder. Also das wird ja in dem Film auch schon öfters eigentlich angedeutet. Also in der Medienberichterstattung wird's ja immer wieder bestätigt, Walter White ist tot. Und Gott sei Dank haben sie ihn für diesen Film nicht irgendwie krampfig von den Toten auferstehen lassen, aber sie konnten es sich natürlich nicht verkneifen, dass Brian Cranston einen Gastauftritt hat. Dass Brian Cranston noch eine Million abgreifen kann, vielleicht. Genau. Wobei es schön war, ihn wiederzusehen und die Chemie zwischen denen. Ich hätte mir tatsächlich, also auch wenn das irgendwie dramaturgisch wenig zielführend gewesen wäre, also wenn, dann hätte ich mir noch mehr Flashbacks in diesem Stil gewünscht. Ja. Vielleicht sogar einen zu dieser Episode, wo sie da in der Wüste festhängen. Na, oder so was. Das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, und die beiden funktionieren einfach gut. Und Brian Cranston ist einfach, seine Rolle ist so unfassbar gut. Als ich das gesehen habe und ich bin, da bin ich direkt dadurch wieder so Bock, das einfach nochmal tatsächlich zu gucken, weil die so geil sind miteinander, die beiden. Und er so eine geile Ausstrahlung hat. Die Serie lebte nicht umsonst von der Chemie der beiden. Ja, Chemie, haha, sehr gut. Wortwörtlich. Pun intended. Ich muss sogar zugeben, ich hab, also bei dieser Flashback-Szene hab ich, ähm, sie sind da, glaub ich, irgendwie in diesem Hotel oder was, ne? Und dann geht Jesse da den Gang entlang und dann kommt Walter einfach so raus und, also das mag jetzt total weird klingen, aber ich hab wirklich ein paar Sekunden gebraucht, um es zu registrieren. Weil der halt einfach so selbstverständlich in die Szene gelaufen konnte, als hättest du plötzlich einen Einspieler aus der Serie wieder. Ja, das, das war schön, diese, diese Unmittelbarkeit, aber die ist dann eben auch ein zweischneidiges Schwert, weil man dann halt dann nicht sofort weiß, Stichwort Max musste es nachlesen, ne? Wann das jetzt irgendwie chronologisch angesiedelt sein könnte. Da hat ja Vince Gilligan immer gesagt, man kann ja anhand der Farben immer erkennen, wo man sich gerade befindet und, ähm, das ist dann wohl die beige Phase gewesen. Stimmt. Walter White hat ja dann noch beige und schlecht angezogen. Ja, das ist okay. Okay. Ja, es wird ja dann auch durchaus da auch ein schöner Bogen geschlagen, also die Szene kommt ja relativ, ja, doch so im letzten Drittel, würde ich sagen, ne? Ich glaube, die vorletzte Szene sogar. Kann sein, also da, da wird ja so dieses aufgemacht, was erwartet Jesse denn noch vom Leben? Und, und da wird dann auch der Bogen geschlagen, beziehungsweise auch am Ende nochmal der Bogen geschlagen zu der Anfangsszene mit, mit Mike, die aber eigentlich auch nur für einen bedeutsam ist, wenn man denn weiß, was an diesem Ort, wo er und Mike sich da unterhalten, was denn da halt noch mit Mike passieren wird dann in der Serie, ne? Ja, genau. Und zwar, äh, dann irgendwie, also, also der Film gaukelt ja eigentlich vor, dass da Lücken wären und, äh, klar, du siehst sie dann und sie werden ausgefüllt, aber du denkst dir dann so, was wäre jetzt gewesen, hätte mir irgendwas gefehlt, wenn ich, wenn ich das jetzt nicht bekommen hätte. Das ist wie bei Chibo. Fällt mir grad auf. Breaking Bad, äh, El Camino ist die Chibo-Variante von Breaking Bad. Also, das, das ganz harte chemische Zeug. Oh Mann, gut. Wir können zur Wertung kommen, oder? Ja, würde ich auch sagen, weil wir haben schon auf der Uhr eine stattliche Laufzeit. Ja, ja, wir werden in 20 Minuten, mehr haben wir nicht zu erzählen. Wir sind ja, wir sind ja auch vier Leute, ne? Und, äh, es gab ja durchaus jetzt auch einiges einzuordnen, aber, ja, weiß nicht, äh, wer will zuerst? Die Fünf-Punkte-Wertung, ich würde dann gleich mal anfangen, bevor, was, was vergeben wir, passend zum Film, äh, Pinkmans? Wäre lustig, dass du genau an das denkst. Ich ne, fünf Kühlschranktüren. Telefonanrufe. Wie wär's mit Staubsaugern? Staubsauger, das passt perfekt. Okay, gut. Ja. Ähm, also von mir kriegt er zweieinhalb, oh, Staubsauger, eben weil er gut gemacht ist, da brauchen wir ihm nichts absprechen und er ist, vom Bildmaterial und auch von dem Gefühl, dass er dann ab und an mal versprüht, ist es ein Breaking-Bad-Film und würde auch nicht sagen, dass er mich jetzt ordentlich gelangweilt hat. Es war aber halt leider kein Film, der mich weitergebracht hat. Redundanzkino 2.0 und bei Weipen nicht so schlimm wie Little Joe. Also im hohen Redundanzkino ist er ein Highlight, sozusagen. Ja. Ich muss mir diese Kritik unbedingt mal anhören, damit ich den verstehe, aber nee, da bist du mit 2,5 und 5 bist du da gut dabei, glaube ich. Kriegt er von mir und die kriegt er mit Stempel und jetzt gebe ich ab. Gut. Ja, wer von euch möchte zuerst Till oder Patrick? Ja, ich kann gerne weitermachen. Ja, bei mir sind es drei von fünf. Drei Staubsauger von fünf, also sechs von zehn, wenn man es so nimmt. Es war ein solides Schauspiel, es waren schöne Kameraaufnahmen, aber wie gesagt, gebraucht habe ich ihn nicht. Ja, dann sitze ich so genauso zwischen euch. Also ich habe beim Movie Break 5,5 vergeben und ich glaube, ich lese jetzt hier einfach nur einen Teil meines Fazits vor. El Camino, ein Breaking Bad-Film, mag so aussehen, so riechen, vielleicht in Teilen sogar so schmecken und sich anfühlen wie Breaking Bad. Doch gelingt es Vince Gilligan mit diesem verspäteten Nachklapp nicht, sein Serienmeisterstück im Nachhinein weder um neue Facetten zu erweitern, noch großartige Überraschungen aus dem grünen Kanister zu ziehen. So wie Jesse Pinkman im Windschatten von Walter White steht der Film in dem ebenso Überlebensgroßen, den die Kultserie bis heute auf die aktuelle Serienlandschaft wirft und dringt darin spürbar um die eigene Irrelevanz. Was bleibt, ist ein fader Nachgeschmack auf der Zunge und das Gefühl hier, das Produkt eines Dealers vor sich zu haben, der schon lange aus dem Geschäft ist und einen nun seinen auf Überlänge gestreckten Stoff unter die Nase hält. Gelegenheitsjunkies werden diesen zweifellos inhalieren, sich aber direkt danach fragen, wieso der erhoffte Kick ausbleibt. Hardcore-Fans aber zumindest die gelungenen Fanservice-Fragmente zusammenschaben und runterschnupfen, ehe sie den richtigen Rausch lieber in einem Rerun ihrer Lieblingsserie suchen sollten. Könnt ihr gerne auch auf moviebreak.de lesen. Moviebreak, geil, das musste rein. Gut, Patrick. Ich gehe da mit der Wertung von Max-Konform, das ist für mich auch nur ein 2,5er. Er ist solide, bleibt bei weitem hinter seinen Erwartungen oder Möglichkeiten zurück, triggert aber bei mir deutlich besser die Nostalgie, als es ein Stranger Things über mehrere Staffeln hinweg versucht hat. Weil es gewisse Momente gab, in denen es dann doch ein wenig diese Breaking Bad-DNS vorweisen konnte und man dann wie mütig zurückdenken und er denkt, ach je, das hätte jetzt alles so viel besser sein können. Und Vince Gilligan ist eigentlich ein so viel besserer Drehbuchautor. Man spürt davon hier leider nicht viel, auch wenn das alles in guten Bildern angefangen wird. Es bleibt belanglos. Ja, in Fragmenten spürt man noch so die, habe ich ja auch geschrieben, in Anführungsstrichen Fanservice-Fragmente. Was ich allerdings noch mal unterstreichen will, das habe ich auch bewusst aus meiner Kritik rausgelassen, war immer dieses, ah, zerstört der Film jetzt den Mythos. Nein, nee. Das tut er nicht und ich finde das ehrlich gesagt auch nicht erwähnenswert, weil ein, zwei Stunden Film kann keine Serie mit 62 Folgen irgendwie entwerten. Und dafür ist der Film einfach in seiner Ausführung, ja, zu belanglos einfach. Das ist auch so eine bittersüße Erkenntnis, die ich da jetzt gewonnen habe, weil er hätte ja dem Ganzen durchaus was hinzufügen können, aber ich bin sogar froh, dass er es nicht hat, weil er hätte auch einiges hinzufügen können, was vielleicht nicht so toll gewesen wäre. Deshalb kann man diesen Film einfach auslassen, wirklich. Ja, definitiv. Na, was jetzt nicht heißt, dass er durchweg schlecht ist. Wir werden uns wahrscheinlich auch in der Besprechung zu dem zweiten Breaking Bad Film sehen, aber nach diesem Film wird die Erwartung nicht großartig gepusht werden, sondern eher so, ach ja, okay, geben wir uns das mal, es werden ein paar schöne Stunden, aber mehr auch nicht. Ja. Und ich würde sagen, damit verabschieden wir uns auch. Jo. 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 Jo, bitch. Jo, bitch. Jeder einmal Jo, bitch. Jo, bitch. Jo, bitch. Jo, bitch. Macht's gut. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao. Ich würde sagen, dass wir uns auch in der Besprechung haben, wenn wir uns auch in der Besprechung der Ich würde sagen, wenn wir uns auch in der Besprechung haben, wenn wir uns auch in der Besprechung haben, dann können wir uns auch in der Besprechung haben, wenn wir uns auch in der Besprechung haben, dann können wir uns auch in der Besprechung machen.